Leute, Details der Zimtsterne, Weihnachtsplätzchen und Weihnachtsmannmützen ist wieder da und auch mein Adventskalender 2017 ist für euch wieder da. Ab morgen, dem 1. Dezember 2017 geht es nämlich los, hier direkt auf diesem Kanal mit einem Adventskalender. Das heißt, jeden Tag vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember erhaltet ihr jeden Tag ein wunderschönes Überraschungsvideo in diesem Adventskalender als Adventskalendertürchen verpackt. Neue Formate, die es so auf meinem Kanal bisher noch nicht so gab. Alte Formate, neu gestaltet und neu verpackt. Und wundervolle weihnachtliche und adventliche Geschichten und Abenteuer für euch in Videoformat verpackt innerhalb eines Adventskalenders. Wirkt eine ganz nice Sache. Ihr könnt euch darauf freuen. Vom 1. bis zum 24. Dezember täglich schon sehr früh. morgens um 0.30 könnt ihr euch schon das Video reinziehen. Es ist online ab 0.30 und den ganzen Tag einsehbar. Es wird auch nicht gelöscht. Also es ist auch die ganze Zeit weiter einsehbar. Aber die Adventskalender-Türchen tauchen erst auf. Am jeweiligen Tag, also das Türchen vom 1. Dezember wird morgen um 0.30 pünktlich auftauchen. Irgendwie von Geisterhand magisch wird es euch erschließen und ihr könnt mit einem sanften Klick auf das Thumbnail oder auf den Videotitel ein magisches Portal öffnen. Und ja, euch in eine wunderbare Zauberwelt von Adventskalender-Türchen begeben. Und ab da an jede Menge Spaß haben und Wunder erleben im Reich der Weihnachts-Adventskalender-Welt. Das Ganze jetzt hier ein bisschen lyrisch ausgedrückt, aber so ist es. Ab morgen geht's los auf meinem Kanal. Seid mit dabei. Einiges erwartet euch. Ich will auch noch nicht zu viel spoilern. Es wird gebastelt. Es wird gespielt. Es wird gelesen. Es wird gebaut. Und dies und das und jenes. Da wird noch das ein oder andere Überraschungsvideo für euch geben. Also lasst euch überraschen. Ab morgen geht's los. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Ich bin schon sehr gespannt auf euer Feedback unter meinen Videos. Seid auch gerne dazu eingeladen, in den Kommentaren mit beizutragen und mitzuwirken. Schreibt mir eure Meinung immer unter die Videos. Und ja, dann wünsche ich euch was. Und man sieht sich morgen in der Kommentarsektion unter dem ersten Adventskanal natürlich. Was da wohl kommen wird, hm? Ehrlich gesagt weiß ich es gerade auch nicht mehr. Hm. Ich habe es glatt vergessen. Na denn, werden wir wohl uns morgen beide überraschen. Und du da an deinem Gerät und ich hier vor der Kamera. Na, mach schauen. Wird spitze. Seid mit dabei. Ansonsten müsst ihr noch die eine Nacht hier aushalten. Heute gibt es noch kein Adventskanal in der Türchen. Aber morgen geht's los. Bis dahin. Habt noch einen ganz, ganz fürstlichen Abend. Und gehabt euch wohl hautrenne. Bis dann. Ciao, ciao. Bleib怎麼樣. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.